Hallo, hallo, hallo. Kleinen Moment. Ich muss gucken, ob ich aufnehme. Ja, gut. Ja, Entschuldigung, da gab es ein paar Probleme. Und jetzt, ich nenne mich FIFA. Fie... Nein, nein. Fie... Oh, Fie... 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 So. Ja, wir haben uns FIFA genannt. Juhu, FIFA, FIFA, wir sind FIFA. Genau, wir sind FIFA, FIFA. Ich bin der öffentliche... Genau, ich bin FIFA. Ich beschleunige das ein bisschen, ne? Ich hab die Musik angelassen, weil sie einfach geil ist. Nicht nur geil, sondern geil, 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 nicht gali, geil, 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 so geil ist sie. Das glaubt ihr mir wahrscheinlich nicht, dass die so geil, 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 geil ist. Aber ihr hört ja grad die Stummi. Ja, jetzt müssen wir halt mit allen im Dorf sprechen. Ja, es geht, es war immer schlimmer. Ja, wir können... Nun, jetzt auch... Ich seh... Äh... Hier läuft nur etwas komisch, ich gerade. Besser krieg ich's nicht hin, weil das auf dem Immulator ist. Und die gibt uns unsere Gießkanne. Hallo, junger Farber, ich habe ein nützliches Intensit von Gemü... Ah, ich... Ich... Ihr seht's... Ich lese das jetzt nicht vor. Danke. Die bringt's uns in Schöpfen, wir brauchen's gar nicht mitzunehmen. Nein. Lass mich in Ruhe. Du hast mir wehgetan. Du hast mir meine Freunde ausgespannt. Nein, erzähl natürlich nicht. Meine Freunde? Wenn, dann wird's mein Freund. Also. Ich bin ja auch ein... Ja, ich weiß. Wir müssen jetzt mit allen in den Dorf reden. Keine einzige Ausnahme. Und ich kann auch bald Luigi's Mansion machen. Luigi's Mansion. Ja, und jetzt gehen wir durch diese Tür. Und quatschen die Tanty an. Ich habe dich nie hier gesehen. Gehört dir die große Farbe? Mein Name ist... Egal, Maria. Und... Man kann ja auch heiraten, eine Frau, aber die fällt weg. Ich hab eine bestimmte, die heißt Eva im Blick. Ja, ihr seid ihr im Spiel nicht in echt. Verdammt, verdammt. Sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Och, nee, ne? Ja, gut. Sorry, sorry. Cool, jetzt geht's... So, jetzt geht's auch besser. Anscheinend. Ähm, ja. Und wir können auch neun Minuten aufnehmen. Ja, weil ich will nicht zu lange machen. Erstens, weil einmal war das so. Hier, gucken, ne? Ich warte ewig, bis der Part hochgeladen ist. Und dann steht da so, ähm, YouTube kann diesen Part nicht annehmen, praktisch. Das war ein dummes Gefühl. Weil hier so, man wartet drei, äh, so drei Stunden ungefähr, hab ich, glaub ich, gewartet. Und dann kommt diese Mitteilung. Ja, und jetzt hab ich so Bock auf Fahrrad, wusste nur, das wird mein neues Hauptprojekt. Ja, weil ich hatte in letzter Zeit Probleme mit Flaps, deswegen kam nix. Und auch mit der Webcam. Ja. Und jetzt, äh, reden wir einfach mit allen. Und ich lese nicht vor, was sie sagen, weil das ist doof, was sie sagen. Ich kann euch das ja auch selber besser formulieren. Ja, muhaha, ich bin Gott. Nein, ich bin FIFA, cool, 5, 6, 7, 8, guten Tag, äh, guten Tag, er freut sich, Kellenzler, finde ich, Werkzeuge, Großvater, äh, na, egal. Interessiert können. Ganz ehrlich, wen interessiert das? Hier war auch einer, genau. Na, komm mal her, ich will mit dir reden. Hallo, woher kommst du, du Kräger? Und, äh, das ist mir zu langweilt vorzulesen. Wenn ihr es angucken wollt, haltet die Aufnahmen an. Du, 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 du. Das ist unsere Traumfrau. Die Kneipe ist heute geschlossen, außer Sonntags haben wir jeden Tag geöffnet. Die heißt Eva und ist mein Traumfrau, die dann nicht, die ist doof. Ja, und wir quatschen hier mit allen. Äh, xxx, 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 und du, willkommen. Na, tolle Begrüßung. Warte, ich hab da mal so eine Idee. Ich wusste es. So, und wir gehen durch diese Tür. Oh mein Gott. Oh Gott. Ja, und wieder weg, weil ich dachte, da wäre eine Person, aber ist keine. Gut, dann gehen wir weiter. Es kann sein, dass die Musik ein bisschen durch das Aufnehmen gestört wird und auch das Laufen, wie man sieht. Äh, jolo will so rum, oder ist das normal so? Kann sein, aber ich glaube, wegen der Aufnahme ist der Emulator ein bisschen überlastet. Und deswegen kann das zu solchen Sachen passieren, weil das ist ein Emulator vom Super Nintendo. Und ich bitte euch, was wollt ihr denn groß zu erwarten? Und ich kann kein, immer noch keine, ähm, keine, keine, ähm, Gameboy-Spiele machen, weil das einfach kackt ist. Und ich muss noch rausfinden, wie man das mit guter Qualität abfilmen kann oder wie Markus und, ähm, Saratza das machen. Da werde ich die noch anschreiben, weil ich möchte das so gerne für euch machen, aber mit der Quali will ich euch das nicht mehr antun. Ähm, deswegen sind es erstmal nur ein paar, ein Part von den Spielen, wo man abfilmen und, ja, das, ähm, und sonst, ähm, ja, werde ich Markus und Kronk und Saratza fragen, wie man das macht. Weil das möchte ich herausfinden, wenn ich das weiß, dann seht ihr nur noch Let's Plays, zum Beispiel von Apfel oder gut PC-Spiele. Darauf könnt ihr euch verlassen, weil dann lege ich so richtig los. Dann mache ich, ähm, FIFA weiter. Dann mache ich Sonic Generations, dann mache ich Need for Speed, Hot Pursuit. Dann mache ich, was ihr wollt. Dann kann ich auch mit guter Quali Super Mario Bros. U und, ähm, Dings machen, ähm, Nintendo Land weiter. Also Super Mario Bros. U nicht weiter, sondern, ähm, sondern, ähm, na, sag doch, ähm, anfangen. Ja, weil mit der jetzigen Quali, wie gesagt, will ich euch das nicht mehr antun. Ja, und jetzt haben wir nur noch, müssen wir nur noch mit der Hintlerin quatschen und dann können wir abzischen auf unsere Farm. Und ich werde ihr Offscreen ein bisschen guter, besser machen, damit ihr nicht euch langweilt, okay? Und bitte bewertet das Video und macht Kommentare. Nein, ich habe einen übersehen. Ja, da lässt der uns halt nicht durch. Ich will mir auch nur einen einzigen übersehen. Ich weiß, dass ich meine. Da kann keiner mehr sein. War ich da? Nee, oder? Hm, das ist jetzt doof. Habe ich mit der gesprochen? Nee. Vielleicht lässt er mich jetzt durch. Wenn nicht, dann suche ich nochmal. Suchen wir. Sorry, sorry, sorry. Ja. Und wir laufen und laufen und laufen und laufen und laufen. Putsch, 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 Putsch. Wie da sich die Füße vor-tutsch, dutsch, puff. Au. Ey, kann doch weiterlaufen. Na, 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 na. Sorry, aber die Musik ist so cool, dass ich gerade gar nicht kommentieren kann. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Nervlich. Wen habe ich denn übersehen oder wo? Jetzt lässt er uns nicht zu farben, nur weil ich ein übersehen habe. Da hinten nur jemand. Ja, ach so. Ich dachte gerade, hä? Willkommen wir eine... Nee, von der will ich auch nichts. Ich bin was von der Eva. Wenn das jetzt nicht alles sind, dann klappere ich die ganze Stoppnummer auf, ey. Das wäre dann ein bisschen dumm. Ja, und... Bitte lass uns zu unserer Farben. Ich hab's mir überlegt, ich mach's doch nicht auf, Skim. Ich zeig's euch, wie man das macht. Ja, ja. Gut, dann melde ich hier auch schon die Aufnahme und...